Schönen guten Morgen hier aus Aachen. Ich stehe vor der Kongresshalle. Heute werden Makler aus ganz Deutschland angereisen, um hier das Neueste zu erfahren und sich weiterzubilden im Bereich, wie verkaufe ich Ihre Immobilie am besten und am effektivsten. Ja, ich bin dabei. Ich bin ganz gespannt drauf. Die ersten trudeln gerade ein und es sieht gut aus. Die Sonne scheint auch. Hervorragende Bedingungen für einen tollen Kongress und vielleicht schicke ich nachher noch das ein oder andere in meinen Kanal. Bis dahin, schöne Grüße hier aus Aachen.